Das Motorola G14 kann leider einige Sachen nicht, die ich zwingend brauche, zum Beispiel Multitasking. Ich führe das hier mal vor, normalerweise ist es problemlos möglich, die ZDF App mit YouTube und Live-TV parallel zu sehen, sowas wie Enjoyn hier, und das über die Lautstärke parallel zu regeln, wenn man hier auf die drei Punkte drauf tut wie hier, dann kommen eigentlich normalerweise die Medien einzeln aufgelistet. Das Motorola hier hat das leider nicht, ich führe das hier mal vor in dem Video. Ich habe gerade festgestellt, dass das Video der Motorola G14 hier echte Abschicht hat, mit dem Multitasking steht, das ist auch nicht richtig. Ich führe das mal vor. Das hier ist das Video. Gleichzeitig mit Chatterflick-Ethek, wie es bei anderen, was ich hier hatte, ging, die Papierler aber nicht. Jetzt ist das Video angefangen. Also das Motorola G14 kommt das auch noch. So lunge funktioniert. Ich führe das Video. So! So! No! So! 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 Herzlich Willkommen bei Dein Kapital. Heute begeben wir uns auf eine Zeitreise, um die reichsten Menschen aller Zeiten zu entdecken. Wir tauchen ein, wenn Polizist wieder Willen, wie der Gaza-Krieg Amerika in ein Dilemma stürzt. Außerdem die Wut der Araber. Das funktioniert selbst bei zwei Quellen nicht. Entweder startet eine und die andere geht aus. Aber parallel kann man auch über den Lautstärkeregler die einzelnen Tonquellen nicht einzeln einstellen. Also das ist echt ein bisschen enttäuschend gerade. Das ist ein bisschen enttäuschend. 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 Das ist ein bisschen enttäuschend.